Hallo Leute, ich bin's wieder, der Couchia. Es geht weiter und wenn ihr im Hintergrund solche Ventilaturgeräusche hört, das kommt von meinem Ventilator, der neben meinem Laufwerk ist. Ich hab das Problem gefunden. Das Problem ist, dass mein, ähm, Grafikkarte irgendwie überhitzt ist. Oh, okay. Ach, manch. Äh, ich muss wieder an die Steuerung gewöhnen, ich hab lange nicht mehr gespielt. Und Ameise... Ach, fick dich, Ameise. Fick dich einfach. Oh, scheiße, Ameise. Oh, nein! Okay. Okay. Nochmal. Äh, ich muss mir nur an die Steuerung gewöhnen, da bin ich wieder gut. Hm. Okay. Nochmal. Nochmal, einfach nochmal. Ich muss mir einfach nur an die Steuerung gewöhnen wieder. Nur einfach an die Steuerung gewöhnen, dann bin ich wieder gut. Dann bin ich einfach super gut. Scaraborn. Du hast Esch verraten, Scaraborn. Nein. Oh, nein. Piranha-Pflanze mit Feuerspucke. Du fick dich. Du scheiß Pflanze, fick dich. Du hast Glück, dass ich dich jetzt nicht töten kann. Und Scaraborn verschwinde. Wo fliegst du ins Scaraborn? Wohin? Okay. Okay, wartet. Okay, es geht weiter. Oh, war das wieder diese Wasserwelt? Ach, nein. Diese Fische. Diese einfachen Fische. Diese scheiß Fische. Und... Sein Arsch hat mich getötet. Was los mit da... Ey, hat der Arsch Kackafleck da drauf, oder was ist? Ach, egal. Ich denke lieber nicht daran, was das an dem Arschloch war. An seinen dicken, schwarzen... Bestimmt ist er auch rot, aber... Das ist ja schwarz-weiß, aber ihr sagt aber dicken, schwarzen Arsch. Soll nicht rassistisch... Äh, rassistisch hier klingeln. Kapiert? Äh... Bäm. Und du, fick dich. Du scheiß... Motherfucker. Scaraborn. Scaraborn. Nee, pff. Ah, ich werde sowieso gleich wieder sterben. Soll er wetten? Soll er wetten? Ich werde gleich wieder sterben. Ich wette 100 Euro? Nein, keine 100 Euro. Ich hab sowieso keine... Eit. Ach. Oh, geschafft! Okay, ich hätte die Wette jetzt gewonnen, aber... Ah, ich habe niemanden zum Betten. Außer euch, Zuschauer. Oh, nein. Du... Fick dich, du... Pasti. Okay. Lauf! Nein, schwimm! Schwimm, Mario! Schwimm! Schwimm, Mario! Jetzt kommen... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Was passiert, wenn ich alle hier töte? Ach, das habe ich sowieso nicht mehr... Ah, ah! okay es geht weiter mit sternen ein leben dazu super acht schwimmen doch schneller hier haben wir das jetzt endlich geschafft nein wir haben es nicht geschafft okay ich glaube ich bin gleich am ziel hoffe ich jetzt mal und eine fliege mit einem zahn das geht mir das oh nein das war ein fehler das gegner design ist einfach klasse mit ihren fliegen mit einem zahn daran denke wie hässlich die aussehen gehen mal so was was er sagt jetzt die mäuse haben das zerstört diese hässlichen mäuse ein gumbo die musik ist irgendwie komisch auch diese lesbischen komisch aber trotzdem ihr habt ich habe 194 196 abonnenten kann ich doch hoch da kann ich doch hoch ach so diese feile fick dich ja ich bin besser gumbo deck nicht so viel mit der flügeln was scheiß drauf ich gehe einfach runter oder gumbo hat mich fast vergewaltigt mit seinem mund ich bin durch okay geht nicht durchfliegen die 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 was gibt denn hier schönes oder ein stern geht ich glaube ich bin wieder gleich am ziel fliege mit einem zahn fliege mit einem zahn kommt er scheiße ich wollte sie töten ich hasse fliegen mit ihren dicken erschen ok was gibt es denn hier ok das haben wir schon und feuer satan ist der sater und hier ist misser sater und noch mal und noch online du verpiss dich spring runter ach ich dachte bis du es geht nach suizid gefährdet fliegender gumbo nochmal fliegender gumbo ja und nein jetzt kommt die glocke Cohen blickender gumbo mal heimbein leben erleben erleben und mario kackt doch nicht so rein hier und ich bin gleich am boss okay wir haben nur fünf minuten das doch super ddw房net nein das sind wir nicht das nehmen wir hundertprozentig nicht die 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 ich blieb am ziel wobei die 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 zirumba an eine piranha pflanze ich kann nicht mehr ich hoffe das funktioniert jetzt mit dem ventilator diesen trick mit überhitzen und so alles weg machen und du scheiß ein leben was was ist das denn etwas wie mir dort er war das gerade eine hexe warum läuft das spiel jetzt anders warum ist es an der braun ist langsamer warum rede ich so komisch keine ahnung ich bin irgendwie durchsichtig geworden und langsam kann das spiel was ist wasser ach egal ich bin am ziel und die hexe ist tot die mich irgendwie die ihr das leben von mir geklaut hat und eine was ist das ein pikachu oder was alles pikachu du fick dich du kleiner du kleiner du fick dich du spasti aber ich werde so sterben so eiskalt sterben werde ich und nein fick dich ach so ach tritt ihn doch hier ok getroffen ok geschafft ja wir haben pikachu getötet die 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 und die zweite münze geholt super ich werde immer besser und besser oh ja meine welt übersprungen ok supermusik die 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 okay dass er mir auch geschafft und wir werden wieder größer wie aus zufolge nein nix im liebwertes waren also das war jetzt ein unfall hier gab es wohl diesen komischen wahl oder nicht was hat das dann jetzt wieder ach so also dieses glücksspiel ach so ach so dieses glücksspiel mache ich nicht auch ich nicht nur ein wartet ok zwei minuten und da gehen wir mal rein was gibt es denn hier schönes wo das war wieder oben das passt okay wir können nicht rein und das war rio das habe ich früher gespielt das war so geil wascher welt und das ist ein wahl ok 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 tot stirb doch ach fick dich aber bei dich bei dich oder so eine zeitlupe ein digimon oder ein pokémon könnt euch aussuchen was das sein soll und fisch mit komischen mund ich glaube es beeilt sich von irgendwas wegzulaufen ok noch ein paar sekunden das schaffen wir noch das schafft ihr noch wir haben noch alle zeit der welt ich bin coach jahren ja das wirst du jetzt bestimmt und wir noch zeit ja und das eine elektronik was ist das wie ein fisch ist diese komischen fische die sich auflassen können oder wie ich dachte wir waren immer rund nicht so flach ich dachte schon das ist ein aal stirb ich glaube ich gehe den falschen weg ich habe so ein gefühl dass ich den falschen weg gehen aber ich kann den falschen weg nicht gehen weil es immer geradeaus gehen kann er wird weiß nicht was ich sage ach fick dich frei fick dich hau ab hau ab hau ab nein hau ab du du fisch du fischkopf du fischkopf dit dit ähm warte ok das machen wir noch und dann muss die aufnahme hier beenden ja drei leben ja das ist so geil drei leben drei leben je drei lieben drei leben habe ich dazu bekommen ich habe ein leben ja mit let's play und ok wir sind im nächsten part tschüss